Sony rollt mir nichts dir nicht das Cloud Streaming auf dem Playstation Portal aus. Ja, manchmal geschehen noch Zeichen und Wunder. Und damit willkommen hier bei Cloudplay, eurem Kanal, rund um das Thema Gaming in der Cloud. Ja und ihr seht es ja auch schon, gestern wurde es angekündigt und heute ist das Update schon da. Ja, das könnt ihr dann daran erkennen, dass ihr hier unter System, System, Geräteinformationen, die Systemsoftware 4.0 habt. Also das ist jetzt das neue Update, mit dem ihr auch auf dem Portal Cloud Streaming betreiben könnt. Ja und wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Ihr seht es auch hier, ihr habt hier einen neuen Eintrag, Cloud Streaming Beta. Da wird euch nochmal darauf hingewiesen, was das bedeutet. PlayStation Plus Premium Nutzer können ausgewählte Streaming Spiele für PS5 aus dem Spielekatalog spielen. Wenn Cloud Streaming Beta eingeschaltet ist, wird diese Funktion nun auf der Startseite hinzugefügt. Wenn du mehr darüber wissen willst, jade, jade, jade und so weiter. So, was ist der große Unterschied zum bisherigen Nutzen? Bisher konnte man die Portal ja nur als Remote Player verwenden. Das heißt, man brauchte eine PlayStation 5 oder hier eine PlayStation 5 Pro, konnte die dann mit Remote Play verbinden und dann die Spiele ja eigentlich auf der PlayStation spielen und sie wurden dann sozusagen per Remote Play auf die Portal gestreamt. Aber mit dem neuen Update haben wir jetzt auch die Möglichkeit, Spiele aus dem Spielekatalog zu streamen. Das heißt, man braucht im Prinzip gar keine PlayStation mehr, sondern nur noch die Portal, klar, und ein PS Plus Premium Abo. So, und wie das aussieht, schauen wir uns das mal an. Wir gehen hier auch aus dem Spielekatalog streamen und das ist auch schon das simple User Interface. Das heißt, wir sehen hier alle möglichen Spiele, die verfügbar sind. Es sind so um die 200. Also das sind sozusagen alle Spiele, die sowohl in PS Plus verfügbar sind, als auch für das Cloud Streaming freigeschaltet sind. So, und hier schon mal ein paar Informationen, die ich euch zeigen will. Ah ne, das geht erst, wenn man das Spiel startet. Okay, dann starten wir einfach mal ein Spiel. Also ich habe hier schon mal ein paar Spiele getestet. Hier Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel. Da geht man halt rauf und dann steht hier, das Spiel wird vorbereitet. Und dann kann es auch gleich losgehen. Dann sehen wir auch mal live, wie lange das dauert, bis sich sowas aufbaut. Und die Verbindung zu dem Server wird jetzt eingerichtet. Das Spiel beginnt in Kürze. Wir sehen es hier auch auf dem Bildschirm. Und nochmal, der große Unterschied ist jetzt, ihr braucht hier keine PlayStation 5 mehr. Das muss nirgendwo mehr installiert sein, sondern das Portal verbindet sich jetzt direkt mit dem Streaming-Server von Sony. Startet da das Spiel. Und ihr habt Cloud-Streaming auf dem Portal. So, Gesundheitsschutz-Informationen, ja. Die kann man leider immer noch nicht abbrechen. So, aber jetzt. Assassin's Creed Valhalla. Nichts installiert, nichts vorbereitet. Einfach nur per Cloud-Streaming gestartet. Richtig, richtig cool. So, und was uns jetzt natürlich vor allem interessiert ist, wie performt das Ganze dann? Also vor allem, wie ist es mit der Bildrate? Wie ist es auch mit der Bitrate? Ist das alles flüssig? Haben wir Tearing? Haben wir Blocking? Stockt der Sound? Und so weiter und so fort. So, dann gehen wir hier mal auf Fortsetzen. Ich mache hier auch gleich mal ein bisschen lauter. Das ist ja auch ein bisschen so. Hier können wir schon mal ein bisschen schauen. Also wo man immer ganz gut erkennen kann, ob das Ganze flüssig ist. Wenn man einfach mal wirklich maximal den Controller an Anschlag dreht. Und dann guckt, hackt es irgendwo? Und. Ja, also ich weiß nicht, ob das hier auf dem Video rüberkommt. Aber es sieht wirklich fantastisch aus. Man sieht kein Stocken. Kein Laden. So, jetzt sind wir hier auch in Revnator. Laufen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, und Wahnsinn. Also eine Wahnsinnsqualität. Vergleichbar. Also unterscheidbar eigentlich auch von dem Remote Play. Das war ja auch schon immer sehr, sehr gut. Vorausgesetzt man hat natürlich ein gutes Netzwerk. Die sind wir auch mal in den Rahmen. Söhnen, leite mich. Auch hier nochmal der Test. Controller an Anschlag. Richtig schnell durch. Drehen und Wahnsinn. Also man sieht kein Stocken. Man sieht auch keine Verpixelung. Man sieht kein Stuttering. Es ist wirklich eine richtig, richtig gute Cloud Streaming Qualität auf den ersten Blick. Ja, toll. So, ein paar Schläge ausstüllen. So. Drehen wir natürlich hier erstmal ein bisschen. So, was ich euch noch zeigen wollte. Man hat jetzt hier noch die Option, die maximale Auflösung einzustellen. Also, wenn ich jetzt hier aufgehe, kann ich im Prinzip zwischen 1080 und 720p wählen. Das ist vor allem interessant, wenn man keine so gute Internetverbindung zur Verfügung hat oder man merkt, es stockt mit 1080p, dann kann man nochmal auf die 720p runtergehen. Das Spiel muss natürlich einmal neu gestartet werden. Ihr seht jetzt hier Anwendung. Anwenden und Neustarten. Und dann könnt ihr versuchen, ob es damit vielleicht besser klappt. Ja, hier gibt es noch die Einstellung. Die umfasst aber momentan noch, dass man das Spiel schließen kann oder wieder zurückgehen kann. Aber genau das machen wir jetzt. Spiel schließen. Und dann schauen wir auch mal, wie schnell man hier die Spiele wechseln kann. So, jetzt sind wir wieder in dem Menü. Und jetzt könnte man sich ein anderes Spiel aussuchen. Ich habe jetzt hier mal Final Fantasy 7 Remake gewählt. Und auch hier kein installieren. Nichts irgendwie hin und her schieben, sondern wie man das auch von dem Playstation Cloud Streaming kennt. Verbindung zum Server wird aufgebaut. Spiel wird vorbereitet. Und dann kann es auch schon direkt losgehen. Ich lasse es einfach mal in Echtzeit hier durchlaufen, damit man auch mal ein realistisches Gefühl dafür bekommt, wie lange das eigentlich dauert. Wie lange man eigentlich warten muss, bis man dann wirklich spielen kann. Spiel beginnt in Kürze. Na gut. Also als ich es vorhin getestet habe, ging es schnell. Ah ja. Aber es ist auch mal gut, wenn man mal so ein Beispiel hat, wo man auch mal wirklich realistische Zeiten drin hat. So, Final Fantasy 7 Remake. Auch hier könnt ihr dann relativ schnell in das Spiel rein. Jetzt sind wir glaube ich hier beim Kampf Simulator. Ja, genau. Aber auch uns interessiert erstmal die Streaming Performance. Fakt der Sound. Gibt es sonst Aussetzer? Hier sind glaube ich ein paar Monster, die wir nochmal kurz verklocken können. Genau. So, ich habe hier auch schon die Götterdämmerung. Deshalb kann ich gleich den Limit reinhauen und Hackfleisch aus dem Monster machen. Zack, der ist schon weg. Klaut krügelt trotzdem noch rein. Ach, Klaut. Oh, das ist hier aber ganz schön erwischt gerade. So. Sollte auch nur eine kurze Demo sein, was hier die Streaming Qualität angeht. Ja, auch hier top. Auch in den dunklen Stellen. Deshalb habe ich mal das Remake hier ausgewählt. Auch in den dunklen Stellen sieht man im Prinzip keine Blockbildung oder Verpixelung. Das ist ja eigentlich die große Schwachstelle von Cloud Streaming unter anderem, dass man in einer geringeren Bitrate da nur mal schnell ein paar Streaming-Artefakte sieht. Aber auch davon ist nicht zu sehen hier. Auch der Ping ist eigentlich nicht spürbar. Also wie man das vom Sony Cloud Streaming kennt, hängt natürlich immer von eurer eigenen Netzwerk-Architektur bzw. eurer Internetverbindung ab. Also einfach mal testen. So. Also auch hier alles super. So. System, Titelbildschirm. Ja, zurückkehren. Und dann auch hier. Ihr könnt übrigens auch einfach so ein bisschen rüber swipen, denn dann kommt ihr auch in dieses Menü. Auch hier sozusagen das Spiel schließen, um wieder in das Menü zurückzukommen. Das Cloud Streaming-Menü. Ja, und jetzt. Ich gehe jetzt einfach nochmal alle Spiele durch. Wie gesagt, ich scrolle die langsam durch. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal in Zeitlupe angucken oder zurückscrollen, während ich hier die Abmoderation mache. Ja, wie schon am Anfang gesagt, unverhofft kommt oft. Gestern angekündigt, heute ist das Update da. Und das, auf das wir alle so lange gewartet haben. Endlich können wir Cloud Streaming auf dem Portal betreiben, ohne dass wir extra eine PS5 dazu brauchen. Das ist doch eigentlich wirklich Wahnsinn. Momentan ist man zwar noch eingeschränkt auf den PlayStation Plus Premium-Katalog und da auch nur ausgewählte Spiele. Ihr seht die hier alle. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Riesenschritt für Sony, aber auch für Cloud Streaming, weil dadurch das Gerät für viele jetzt eigentlich erst an Wert zugenommen hat. Vorher musste man halt immer die PS5 im Standby-Modus betreiben, damit man sie durch das Portal aktivieren konnte, wenn man nicht zu Hause war. Da musste man immer schauen, geht denn der Bildschirm jetzt mit an? Muss ich da irgendwas einstellen? HDMI-Kabel ziehen oder nicht? Also es war immer ein Riesengefummel, aber jetzt könnt ihr euch das alles sparen und könnt sozusagen die Portal auch ohne PS5 betreiben. Schreibt es doch mal gerne, was ihr davon haltet in die Kommentare. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, der kleine First Look hier hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, gerne einen Daumen hoch oder auch gerne ein Abo. Und schreibt gerne auch, was für Spiele wir hier noch testen sollen auf der Portal mit PlayStation Plus Cloud Streaming in der Beta. Ich bin Enlid, ich bin raus. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao.